Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video werde ich dir zeigen, wie du mit der App Google Earth schöne virtuelle Exkursionen erstellen kannst, mit denen man dann verschiedene Landschaften virtuell bereisen kann. Wir öffnen zunächst die App Google Earth und um diese Exkursion dann nachher zu speichern und auch weiterzugeben, muss man sich mit seinem Google Account anmelden. Wenn das zunächst hier so aussieht wie bei mir hier, tippen wir hier unten auf dieses Element und hier oben auf das kleine Symbol für den Account und klicken Add Another Account. Und dann kann es sein, dass du eben schon einen Google Account auf deinem Gerät gespeichert hast oder du musst ihn in dem Moment frisch eingeben. So, nun bin ich mit meinem Google Account angemeldet und sehe jetzt hier links unten meine Projekte. Es gibt die Möglichkeit, Projekte in Google Drive zu speichern. Mit jedem Google Account hat man automatisch auch einen Google Drive Zugang. Das ist also die Online Cloud von Google, in der man Dateien speichern kann oder man kann hier auf KML speichern. Das ist also eine lokale Datei hier auf dem iPad. Ich würde vorschlagen, da wir die Datei nachher weitergeben wollen, speichern wir in Google Drive. Dann müssen wir uns später über den Online Speicherort keine Gedanken mehr machen. Ich möchte jetzt also ein neues Projekt, eine neue Exkursion erstellen und klicke daher auf dieses Plus. Jetzt kann ich mich nochmal entscheiden, wo ich das machen will und ich sage jetzt eben hier bei Drive Projekt erstellen. Jetzt heißt das erstmal unbenannt. Ich klicke auf den Stift, um das Projekt zu benennen. Ich nenne das mal Landschaften Deutschlands. Ich könnte hier noch eine Beschreibung hinzufügen, das lasse ich jetzt mal und klicke speichern. In dieser Exkursion wollen wir zunächst mal in den Alpen starten und jetzt gebe ich hier mal hier die Zugspitze ein, weil das ein guter Ausgangspunkt wäre vielleicht für eine Exkursion in Deutschland. Und jetzt sehe ich hier also die Zugspitze. Ich kann hier verschiedene Ansichten wählen, kann mich auch drehen und wähle jetzt die Ansicht aus, die nachher in der Exkursion ebenso erscheinen soll. So finde ich das jetzt mal nicht schlecht. Gehe hier zurück und sage Ortsmarkierung hinzufügen. Jetzt kriege ich hier also eine halb durchsichtige blaue Markierung und schiebe die Karte dorthin, wo diese Markierung ist, sodass da die Ansicht eben passt. Wenn es so passt, sage ich in Projekt speichern und kann das Ganze jetzt hier wieder benennen. Sage OK. Ich habe hier noch mehr Möglichkeiten zum Einstellen, könnte hier noch die Farbe und so weiter einstellen, auch die Kameraansicht. Wenn ich jetzt hier nochmal etwas verändern möchte und es gerne so hätte, kann ich hier sagen, diese Ansicht aufnehmen, dann bleibt genau diese Ansicht gespeichert. Zurück habe ich jetzt also hier diesen Eintrag, gehe wieder eins zurück und kann nun weitergehen. Jetzt möchte ich, dass als nächstes ein bisschen mehr von der Umgebung hier in den Alpen zu sehen ist. Zoom ich also raus, vielleicht so. Sage wieder Ortsmarkierung hinzufügen. Passt so. Schaue wieder, ob das alles so passt. Finde ich in Ordnung. Jetzt sehe ich schon hier, dass ich eben zwei Stationen angeordnet habe. Und jetzt fällt mir ein, dass ich doch eigentlich gern vielleicht so eine Art Titelfolie hätte. Dann kann ich hier unten weiter scrollen, denn es gibt hier noch mehr als nur Ortsmarkierungen. Unter mehr gibt es zum Beispiel Präsentation. Und dann zeige ich hier Präsentation. Das ist hier unbenannt wieder. Und hier schreibe ich jetzt rein, Landschaften Deutschlands. Könnte hier noch eine Beschreibung einfügen. Die Hintergrundfarbe ändern. Das mache ich mal hier so grün. Passt so. Gehe zurück. So sieht das dann aus. Und jetzt ist das natürlich hier an dritter Stelle. Allerdings sehe ich jetzt hier diese Punkte am Rand. Mit denen kann ich jetzt die Reihenfolge ändern. Dazu tippe ich sie einfach an und ziehe damit. Und dann sehe ich so einen Strich. Und wenn der an der Stelle ist, wo ich ihn gerne haben möchte, in dem Fall ganz am Anfang, lasse ich los. Und jetzt ist also meine Einstiegsfolie tatsächlich auch am Anfang. Wir fügen noch einen Ort hinzu. Schauen wir uns mal das Alpenvorland an. Wir drehen also jetzt, bis wir hier den Bodensee vor uns haben und gut die Alpen rechts und das Alpenvorland links sehen. Bisschen schräger, bisschen näher ran vielleicht. Sagen wir wieder Ortsmarkierung hinzufügen. Über den Bodensee ins Projekt speichern. Und hier habe ich jetzt noch eine Möglichkeit, die hätte ich die ganze Zeit schon gehabt, habe ich bisher jetzt nicht genutzt. Nämlich ich kann auch jeder Station eine Beschreibung hinzufügen. Wenn ich hier auf Beschreibung tippe, kriege ich ein Textfeld. Ich habe jetzt hier mal einen Text vorbereitet, den ich hier reinkopieren kann. Wir werden uns dann nachher anschauen, wie das aussieht. So könnte ich natürlich jetzt noch weitere Stationen hinzufügen. Das soll jetzt aber erst mal genügen. Ich gucke jetzt hier noch mal durch, ob das alles so passt. Sieht erst mal gut aus. Und um zu testen, wie das nachher in der Präsentationsansicht ausschaut, kann ich hier auf die drei Punkte und sagen im Präsentationsmodus starten. Das beginnt jetzt also erst mal mit meiner Folie und jetzt hat sich das Bedienelement etwas verändert. Ich habe hier links unten ein Inhaltsverzeichnis und Pfeile zum Vor- und Zurückspringen. Und so nutzen dann das auch die Nutzer. Ich klicke also jetzt hier weiter und fliege zu meiner ersten Ansicht, dann weiter zur nächsten und der Nutzer kann jetzt aber auch hier selber agieren. Man muss also jetzt nicht diese Präsentation durchfliegen, sondern wenn man möchte, kann man hier rein und raus zoomen, sich wunderbar umschauen und alles. Und wenn ich aber weiter klicke, dann sieht es wieder so aus, wie ich es vorher eingestellt habe. Und jetzt sieht man, wenn ich eben eine Beschreibung hinzugefügt habe, dann erscheint die hier links unten, in dem dieses Feld etwas aufgeht. Und so kann ich jetzt eben weitere Informationen liefern. Auf diese Art kann ich nun also eine solche Präsentation erstellen. Wenn ich wieder raus möchte aus dem Präsentationsmodus, klicke ich hier oben links in meine Bearbeitungsansicht zurück. Jetzt bin ich hier da, wo ich zuletzt war, nämlich beim Bodensee, kann hier auch wieder raus. Jetzt bin ich in der Übersichtsansicht. Und wenn ich das jetzt weitergeben möchte, dass also jemand diese Datei nutzen kann, kann ich hier oben auf die drei Punkte und dann auf Teilen. Und jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich kann das entweder jemandem per Google Account weitergeben oder ich kann hier unten auf dieses Mehrmännchen-Icon und kann sagen, also das soll weitergegeben werden, nicht eingeschränkt, sondern Betrachter. Jeder im Internet, der den Link hat, kann die Datei aufrufen. Das ist erstmal so, wie ich es gerne haben möchte. Und dann kann ich hier oben auf den Link klicken. Jetzt ist der in die Zwischenablage kopiert. Und diesen Link kann ich jetzt also jemandem weitergeben. Und diese Person kann dann also diese Exkursion, so wie ich sie gerade erstellt habe, durchführen. Allerdings muss die Person dann einmal eben auch noch auf die drei Punkte klicken und im Präsentationsmodus Starten auswählen. Dann fliegt die Person nacheinander zu den Stationen, die ich jetzt gerade erstellt habe. Viel Freude beim Ausprobieren und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020